So Leute, willkommen zu einer kleinen gefegten, ja, diese Runde ist sehr schön gefegt, ich merke schon. Zu seiner gepflegten Runde Team Fortress 2. Ich weiß nicht, ich habe einfach gerade so Debs Bock mal was aufzunehmen, aber mir ist nicht an meinen Projekten zumutet. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, schmeiß dein aktuelles Online-Spiel an und haus da ein paar Leuten auf die Nase. So, was ist das für eine Map? Ich kenne ihn nicht. Ist irgendwie merkwürdig hier. Ich muss auch gleich sagen, ich bin schlecht, sehr schlecht. Warte mal was tun, Gegner. Nicht runterfallen. Ich suche was zum Kaputtma... Oh, du bist doch kaputt... Ich mach Feuer. Oh, mehr, Mann. Nein. Hey, klar. Wow. Wow, wow, wow. Hallo. Hey, du brennst. Du brennst immer noch. Bäh. Oh, fuck. Komm, du brennst. Merk das mal. Sailor Ma... Okay. Und dann halt Spy rumrennen. Ist ja auch nicht schlecht. Oh, nice one. Aber das war gleich der... Du warst schlecht, okay. Teils schlecht. Nennen wir dich teils schlecht. So, äh... Ich finde mich hier nicht zurecht. Netter Sniper-Punkt. Moment mal. Dammit. Oh, fuck. Du willst mich doch nicht besuchen kommen, mein Freund. Ich hab' aber gar nicht net. Doch nicht? Habt's euch anders überlegt. Offenbar... Hallo, du schon wieder. Wow. Falte Waffe. Du bist gleich nur noch Toast. Du bist Toast, Mann. Yes. Roasted. You got roasted, Punk. So. Da hab' einfach Bock drauf irgendwie. Das macht auch irre Spaß. Der ist doch vor allem nicht so ein Geheule von diesen kleinen Kindern, wie der ist vor. Immer... HP user, HP Nubel, Helm, Helm, Helm. Helm, Helm. Mit Helm und Helm. Und Rüstung auch und Helm. Ach, du gehst zu mir. Okay. Wee. Hm? Ich hör' Krieg. Wow. Oh, macht er Gewohnheit. Du-di-du. Du brennst. Du brennst. Du brennst. Immer noch. Das ist ein ganz böses Brandproblem. Oh, fuck. Dammit. Wuhu. Ich schieß' aber auch auf alles, was sich bewegt. Ganz ehrlich. Ich mein, man kann nicht vorsichtig genug sein. Spy und so, ne? Moment mal. Du, komm mir mal. Komm du mir. Alter. Job. Nein. Okay, okay. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Okay, du bist gut. Äh, heil mich, mein Dude. Ich brauch's auch. Hallo. Gib mir mal ne Dröhne. Gib mir. The fuck. Okay. Du hast ihn ja anders gewollt. Geck, 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 geck. Huh. Ich mach dich. Alle. Dammit. Wieso brennt der Kerl nicht? Geesh. Ich brenn ja auch. Doch, Pyro. Ich hab auch ne Baske am Kopf. Was? Der Rücken... Das Rücken schmoret. Zeig mal her, das Ding. Zeig doch mal richtig her, Mann. Kann ich ja gar nicht sehen. So. Doll. Hähn ich auch gerne. Äh, ich... Ich seh mal weg. Äh, wo bin ich denn hier? Jetzt müsste ich nur wissen, wo ich bin. Du? Achso, du nett. Oder? Ja, du bist nett. Jetzt ist mir so hinterhergelaufen. Ja, dank. Der wäre ein Spy. Ein Spy. Gah. Ne, ähm... Ja, eigentlich müsste ich mal was zum Spiel erklären. Äh, eigentlich müsste ich gleich mal schnell in den Klassen hier kurz was beschreiben. Oh, 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 oh. Böse Jungs, böse Jungs. Böse. Bö. Ganz böser Junge. Das war aber gar nicht... Häng nicht so rum, Mann. Bö. Bäh, warte. Bäh, warte, 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 warte. Bop, bitte, äh. Häh? Was meint das gerade? Okay, ich mach das mal kurz. Äh, Scout, sehr schnelle Klasse, macht wenig Schaden, ist aber sehr gut zum Erobern. Der Soldier, mit Raketenwerfer bewaffnet, macht da alles kaputt. Pyro, Hinterhaltsflammenwerfer, klasse. Demoman, wirft mit Granaten und Haftgranaten, die er beliebig hochjagen lassen kann. Der Heavy, sehr langsam, aber auch sehr mächtig und hält viel aus. Engineer, kann Teleporter, Sentryguns und Dispenser bauen, Dispenser heilen und geben Ammo. Medic erklärt sich von selbst, Sniper genauso. Und der Spy kann sich unsichtbar machen und dann die Leute von hinten mit einem Instant-Kill abstechen. Sehr böse, sag ich mal so. Das war mal ein kurzer Überblick der Klassen. Oh, oh. Okay, irgendwie habe ich gerade der ersten Lag. So, machen wir mal hier Scout. Komm, wir nehmen mal Scout. Ich zeige euch mal den Scout. Ja, da sehen wir ein Heavy in Action. Ist wie eine Mauer. So. Ja, ähm, der Scout kann auch Doppelsprünge. Sehr toll. Hat, ähm, ne Critten Cola. Äh, Moment mal. Hä? Was zur... Bin ich gerade dumm oder so? Der ist gerade... Ich bin dem tatsächlich nicht hinterhergelaufen und habe versucht, dem irgendwie was nachvergesst es. Irgendwie bin ich gerade dumm. Also richtig dumm. Nicht nur so ein bisschen dumm, sondern also richtig dumm. Der Atomisierer. Aha. Ja, das meine ich. Double Jump. Ist voll toll. Boing. Ja, 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 ja. Ich trinke gleich erstmal was. Ja, mit... Ey! Hallo? Vergiss das! Kannst du schon knicken, Junge. Oh, ich wurde gerade gelasert. Verdammt. Ja, ich... Sehr schön. Gefällt mir. Oh, voll runtergefallen. Das sah Schmerz auf der Hause. Wie viele Punkte habe ich? Kaum. Drei. Bin schlecht. Gestern habe ich mit dem Pyro richtig gerockt irgendwann. Bedauerlicherweise lag die Betonung auf irgendwann. Okay, äh... Rap-Bap. Ich gönne mir mal einen Schluck. Fuck. Wer? What the... Pfff. Okay. Bye-bye, Junge. Der hat einen Freiflug. Ich wechsle nochmal die Klasse. Bleiben wir nochmal ein bisschen beim Pyro. Pyro macht gerade Spaß. Ich glaube, ich wechsle gleich mal rüber zum Sniper und... Oh, das hat man geknacken hören. Man... Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Ach, ein Demoman. Äh... Ich wollte grad sagen, hält den da jemand auf? Wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Naja. Was soll's. Fuck it. Der hat mich nicht gemerkt? Ah! Lass mich. Du brennst Moment, der hat mich erledigt Fuck Aber komm Der andere, der brennt Der brennt, hallo? Er kann es einfach Rodolf Ich bin nett und so Das Sandwich Das Sandwich Heilt den Heavy selbst Das ist voll lustig Moment mal Hab ich da grad Zoffen gesehen? Ich glaube ja Ich glaube ich sehe grad eine Zoffung Dammit Hätte funktionieren können Dann gehen wir halt direkt dran Ah Yes Brenne Du auch Brenne Alter Ich wollte grad sagen Tu mir den Gefallen So Äh Was ist denn das hier? Nutzlos Und Tschüss Tschüss Dankeschön Woopi Du brennst Junge Ich hoffe das ist dir aufgefallen Ach Unsere beiden Soldier Brüder Auch wieder am Brennen Du brennst Du bist kaputt Du brennst Du brennst immer noch Das macht Spaß Leute anzufackeln Ja mit dem Pyro Bin ich so richtig in meinem Element Ich glaube das merkt man schon Oder? Oh Ihr glaubt gar nicht Team Fortress ist so viel Um so vieles schöner Als es vorliegt Hat zwar auch seine Vor- und Nachteile Aber das hat doch jedes Spiel Ich finde es Team Fortress ist gerade einfach Viel schöner Du hast So derbst deine Ruhe Das ist so wunderschön Keiner beschimpft dich Unzurechnungs Äh Ungerecht Als Hacker Hacker Flamer Hater Brenner Hahahaha Hahahaha Halt da Halt da Halt da Ich hoffe du hast nicht vor Damit irgendwo hin zu gehen Wow 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 Brenner Ich mag Pyro Pyro ist so richtig toll Wala Dada Ich empfehle zu brennen Ja du brennst wenigstens noch Du hältst dich für toll Komm weißt du Sniper So Da ja sich gerade so viel Auf der Brücke zockt Aua Da habt ihr gerade gesehen Was passiert wenn Ein Spy von hinten erwischt Ja von hinten Das habe ich absichtlich so gesagt Weil ein Stich Mit dem Messer Vom Spy In den Rücken Ist Instant Kill Kannst du tun was du willst Äh Moment 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 Wie kam ich da nochmal Ich hätte ja so einen schönen Platz eben gerade So einen schönen Platz zum Schnipsen Hier Bin ich hier Hämlich verlaufen Bah Aua Na komm Komm her Dammit Wie viel hast du noch Oh hast du noch die Hälfte Fuck off Ja Ich glaube der findet das auch ein bisschen scheiße Dass ich gerade gestorben bin Der Sandman Mr. Sandman Yes Bibi Bibi Bum 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 Ja ich hab Spaß Ähm Dispenser zerstört Oh das ist schlecht Junge Das ist schlecht Damit solltest du zum Arzt Ist gleich hier wieder mein Freund Ja ist er Boah Mini Crit Mini Crit Höh Okay Ähm Warte mal ging das hier nicht irgendwie Teleporter zerstört Teleporter Scheiße Na fuck it Komm du mir nochmal her Komm du Ey alter Komm du mir nochmal her Du bist auf meiner Seite Der Bahn Und Und doch mal rüber Ich will doch nur mit euch reden Ach du bist unser Unser Medizinmann Ich seh nix Ist hier noch ein Fenster? Ne Ah Wo schieß ich denn hin? Ich und Spy Ich bin äh Spy Sniper ist Ich bin ein schlechter Sniper Lasers Ja ist ne neue Waffe So ein Laser Teil Ist toll irgendwie Hab ich aber selber leider nicht Was soll ich Bescheid sagen? Okay zwei Sniper Wow Komm Däh Verdammt Wo kam der her? Draus vom Walde kommt er her Und Kleinholz werde ich aus ihm machen Also bloß der ist noch weggekommen Ist auch der so Ne der ist auch nicht Das ist ein anderer Nie Spawner als Pyro Ach Aus dem fetten Klops mach ich Asche Ups Entschuldigung Habe ich da nicht gerade was gesehen? Ich hab dich gesehen, du Penner Du brennst Nein, da mein Elf weg Verdammte Scheiße Du Penner, ich hasse dich Ich mag keine Spies Die sind doof Oh, mein Auge Was rattert denn da so? Achso, du bist dort Rodolf The Adventures of Rodolf Umso besser So Was hat er? Das ist uncool Ich hab so ein ganz ungrues Gefühl hier Ach, wir haben versagt Oh Okay, das ist schade Ja, ich schleich mich mal hier bei euch rein Hope you don't mind Du brennst Wieso brennst du nicht richtig? What the Äh, ich kann Äh Ah, Connecting Problems Hm Von Garnixmon Ja Äh, toll Matrix Style Lass mich raten Da tut sich jetzt nix mehr Ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist? Komisch Ah Das ist scheiße Versuchen wir nochmal rein zu kommen Das ist ja dumm Das ist ja schade Obwohl Äh, nee, warte Machen wir mal eine andere Runde Dann kann ich euch auch mal erzählen, was es so gibt Es gibt die Frachtbeförderung Da muss man Die Fracht Wenn man dran steht Äh, zu einem bestimmten Punkt tragen King of the Hill Ein Punkt muss eingenommen werden Wer sie die Zeit über behält Gewinnt Hab ich nie gespielt Ähm Frachtrennen Wer seine Fracht als erstes ans Ziel bringt Kontrollpunkte Äh, einfach Kontrollpunkte einhöhung Und Catcher the Flag erklärt sich glaube ich von selbst Machen wir mal eine schöne Runde King of the Hill Hank of the Hill und so Guck, meine Haare sind schon flauschig Ich hab grad noch Haare waschen gewesen Wow Hab ich noch was zu trinken? Ja, hab ich Sehr schön Weil dafür haben wir jetzt ein bisschen Zeit Das kann jetzt ein bisschen dauern Vor allem, weil ich nebenbei aufnehme und schneiden Das dauert dann bei mir so ewig Wenn ich jetzt schneiden müsste Das würde so ewig dauern Bis ich Stimmen neu synchronisieren Und alles vorletzt Ja, meine Statistik ist lustig Ja, meine Unterstützer weltweit Stampus und hol Oh, du verdammter Suchtige Oh ne Scheiß Wenn ich so viel Zeit hätte wie der Was ich machen würde Boah, ne Ich hab so viel Zeit nun mal nicht Hm Wird aber schnell Geil Ne, doch schnell So Gummibärchen haben wir noch schnell reingepfiffen Der hat jemand gebrannt Ungut Finden wir hier einen Gegner? Nein Brennt Du warte mal Ey Wow, wow, wow Was ist das? Gib mir das mal Ey Das ist meins Merken, ich blau Vergesst das immer Mal gucken, was hier bei euch so abgeht Das ist ja hier mehr fette Party oder so Ah, sag ich doch Ups Wuhu Wuhu Der kam unerwartet Unerwartet und Was hat denn der auf dem Kopf gehabt? Ein Kondom oder was? Au Das spürt der morgen noch Hm Wo ging's nochmal? Wow Hallo? Brenne Ja, brenn doch Tod Scheiß Komm Komm Der kippiert doch noch Der brennt Natürlich nicht Verdammte Scheiße Scheiß Aschi Gummimärchen und so Meiner Meiner Ja Burning Battle Wieso Was denn nun schon wieder? Schon wieder? Ja Also so gefällt mir der Bildschirm auf jeden Fall Oh komm schon Nein, ich hatte grad so'n Spaß Brenne Brenn nur Arsch Ich brenne Ich auch Dumme Scheiße Was ist denn gerade los? Naja Dann lassen wir's halt dabei Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal See yalora